Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das, was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht? Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute im Rahmen der ersten Salzburger Gesundheitstage mit Fitnesscoach und Maikai-Co-Founder Daniel Donhauser. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Dieses Mal melden wir uns aus Salzburg von den ersten Salzburger Gesundheitstagen. Mir gegenüber sitzt oder besser gesagt steht jemand, der gerade eben noch auf der Bühne einen Vortrag gehalten hat. Und der schon mehr als 2500 Fitnessclubs von Ihnen gesehen hat. Sein Name ist Daniel Donhauser. Er ist Co-Founder des Fitnessclubs Maikai Modern Fitness. Und seit 2024 auch Teil der Biogener Biohacking Labs. Er beschäftigt sich mit Biohacking und baut schlaue Fitnesscenter. Kann man das so sagen? Das kann man genau so sagen. Servus Daniel. Hallo, freu mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast. Es ist ja wirklich viel los bei den ersten Salzburger Fitnesstagen. Umso wertvoller ist die Zeit jetzt gerade mit dir. Unsere Podcast-Folge heute dreht sich um das Thema gesund und fit bleiben und vor allem den Nutzen und den Sinn dahinter aufzuzeigen. Wir wollen uns von dir heute jede Menge praxisnahe Tipps holen. Absolut. Cool. Du bist in deinem Leben schon viel gereist und hast viel gesehen, nicht nur die 2000 Fitnessclubs, die wir schon erwähnt haben. Erzähl uns bitte etwas über dich und wie du zu der Person wohnst, die du heute da bist. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, aber wahrscheinlich zielt es mal primär auf den beruflichen Werdegang ab. Ich habe mal ganz langweilig unter Anführungsstrichen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert. Also jetzt gar nicht Medizin oder Sportwissenschaft oder Trainingswissenschaften, sondern eben mal klassisch BWL-Themen. Ich bin ein paar Jahre in die Strategieberatung gegangen und habe da unter anderem Private Equity, Automobilhersteller, aber auch viele Krankenkassen im europäischen Raum beraten und durfte oder musste dort leider lernen, dass halt unser Gesundheitssystem oder Krankensystem schon sehr kaputt ist. Und daraus ist eigentlich der Wunsch entstanden, letztlich nicht nur halt schöne Folien zu malen und schlaue Excels zu rechnen und irgendwie zu quatschen, sondern irgendwie Teil der Lösung zu werden. Und dann hat es mich zu einem Fitness-Startup verschlagen, also in die Hightech-Branche eigentlich, wo wir schlaue Fitnessgeräte und Softwarelösungen für Studios produziert haben. Dort habe ich einfach Marketing und Vertrieb geleitet. Und die mehr als 3.000 Studios habe ich natürlich jetzt nicht als Person gesehen, sondern mit unserem oder meinem Team damals. Und habe dann eben erkannt, dass eigentlich Training halt das riesige Potenzial hätte, viele unserer Gesundheitsprobleme zu lösen. Und im gleichen Zuge musste ich aber erkennen, dass nur jeder Zehnte überhaupt ins Training geht und davon der größte Teil nach kurzer Zeit wieder aufhört, was in sich eigentlich unlogisch ist, weil wenn es die Pille gibt, die einen sicher gesund macht, sollte sie jeder nehmen. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Wir müssen Studios bauen, die für jeden passen und die auch zwingend was bringen, wo auch Resultate rauskommen. Und dann haben wir Ende 2018 Maikai gegründet. Genau, jetzt kann man schon mal vorwegnehmen, auf die Fitnessstudios kommen wir noch zu sprechen, weil die funktionieren tatsächlich auch ein bisschen anders als normale Fitnessstudios, finde ich. Der andere Punkt ist Biohacking. Da hast du jetzt auch gerade einen Vortrag dazu gehalten. Du hast eben auf der Bühne zum Thema Biohacking vital und fit mit 100 gesprochen. Erklär uns, wie man auch mit 100 vital und fit sein kann. Da gibt es ja Verbindungen zwischen Evolution und Gesundheit. Genau, also der Titel ist natürlich ein bisschen reißerisch und Anführungsstrichen auch nicht von mir gewählt. Aber ich habe da einen kleinen Vortrag dazu gemacht. Natürlich geht es jetzt primär gar nicht darum, dass jetzt jeder 100 wird. Also wir unterscheiden immer zwischen Lifespan und Healthspan. Und wir werden eh schon ganz gut alt, würde ich mal sagen, als Gesellschaft und auch jedes Jahr älter. Was uns aber nicht gelingt, ist, dass wir halt gesund alt werden. Also diese Healthspan ist leider viel zu kurz. Das heißt, in Österreich wird jeder im Schnitt mit Anfang 60 halt krank. Und das kann man eben ändern. Und da geht es primär um viel evolutionäre Themen, die das Biohacking macht. Also vielleicht, was ist Biohacking? Das ist einfach die Optimierung der eigenen Biologie oder der eigenen Biochemie. Und da muss man die Frage stellen, braucht es das überhaupt? Und ohne jetzt den ganzen Fragen wahrscheinlich schon vorwegzugreifen. Ich habe das Gefühl, ich will es das tun heute. Ja, es braucht es leider. Warum? Weil wir Gott sei Dank in einer sehr tollen Welt leben. Also die meisten Länder zumindest haben wir sehr viel Wohlstand. Das heißt, wir sind heute nicht mehr in der Situation, dass es nichts zu essen gibt. Wir müssen nicht mehr frieren. Wir müssen nicht mehr schwitzen. Wir müssen uns nicht bewegen, um Nahrung zu finden, was gut ist. Und im Umkehrschluss aber auch gleichzeitig schlecht ist, weil unser ganzer Organismus beruht auf diesen Prinzipien. Und Biohacking tut nichts anderes, als diese ursprüngliche Form wieder zurückzubringen. Und müsste ich entscheiden, ob ich der Steinzeit Daniel bin und friere und hunger. Oder da eben Neuzeit Daniel bin und dafür jetzt halt Eisbaden gehen muss und trainieren muss und nicht hungere. Dann bin ich gerne Neuzeit Daniel und springe ins Wasser und trainiere. Ich stelle jetzt mal eine naive Frage. Die Programmierung von damals, also die evolutionäre Programmierung, können wir nicht aufheben, nehme ich an, oder? Oder hebt sich die über die Jahre auf? Die können wir jetzt im Jetzt nicht aufheben. Über die Zeit wird es sich ja verändern. Man muss aber sehen, dass evolutionäre Prozesse halt sehr, sehr lange dauern. Ich bringe mal gerne das Beispiel, wenn du die ganze Evolution in einem Buch aufträgst von tausend Seiten und dort den Menschen reinschreiben würdest, dann kommt er halt auf der letzten Seite, im letzten Absatz. Das heißt, wir sind wirklich für die Geschichte der Erde ja ein sehr kleiner, wahrscheinlich auch sehr unbedeutender Teil und zeigt uns aber auch, dass halt Anpassungsprozesse auf, sagen wir mal, globaler Ebene oder Weltebene oder Evolutionsebene einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und unsere Biochemie ist nicht so schnell. Wenn du auch mal nur schaust, die letzten 100 Jahre, also wir beide, du sitzt hier vor Mikrofonen, vor einem MacBook, vor einem Handy. Das hat es vor 100 Jahren einfach alles noch nicht gegeben. Ich bin mit dem Auto hierher gefahren, es hat es nicht gegeben und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen Innovationen, die ja Bortschritte sind, führen aber dazu, dass wir es viel, viel gemütlicher haben. Und die Evolution ist noch nicht auf gemütlich letztlich ausgelegt. Ich würde gerne noch einen Schritt nochmal zurückgehen und zu dir kommen. Und du reist ja sehr viel oder bist schon sehr viel gereist in deinem Leben. Ich würde auch gerne wissen, was eigentlich der kleine Daniel werden wollte als Kind. Puh, was wollte der kleine Daniel werden? Also ich wollte immer mal ein Würstelstandl haben. Aber ich erinnere mich noch, dass ich so das einzige Kind war, dass mit Lego ein Würstelstand badert. Wie kommt man auf ein Würstelstandl als Wunschberuf? Nein, ich glaube, ich wollte immer schon Unternehmer sein, also was Eigenes machen. Aber ich habe mich immer schon sehr stark für einfach Sport interessiert und auch Medizin. Nachdem ich aber Hypochonder bin, habe ich mich dann gegen das Medizinstudium entschieden, um mich selbst nicht so stark zu belasten, würde ich mal sagen. Und nachdem ich mit 18 schon eine Bandscheinbeformung hatte, habe ich dann das Sportstudium nicht in Angriff genommen und habe dann meine zweite Person BWL letztlich studiert. Das war mir dann aber, ohne Werten zu sein, zu langweilig, weil es mir zu starkes Handwerk war. Also es war nicht so wissenschaftlich, wie ich mir die Uni vorgestellt habe. Und habe dann die Volkswirtschaft kennengelernt und das hat mich wirklich begeistert und bin dann in dem Thema ganz gut aufgegangen, würde ich sagen. Jetzt warst du aber auch in Australien zur Ausbildung. Du wolltest eigentlich immer schon ein bisschen über die Grenzen raus, habe ich das Gefühl. Genau, ich durfte auch im Ausland studieren, habe dann insgesamt so ein Jahr verbracht. Ich habe leider viel zu schnell studiert, würde ich sagen, was ich aus heutiger Sicht bereue. War dann eben ein Jahr, sage ich mal, in Australien und Asien und habe dann eben meinen Berufswerdegang in Deutschland verbracht. War jetzt über zehn Jahre eben nicht mehr in Österreich dann oder mit Australien noch länger, aber war dann zehn Jahre weg und wollte dann aber wieder zurückkommen. Was war es, was dich zurück nach Österreich gebracht hat, gefühlt? Es war eigentlich ein sehr starker Wunsch meiner Frau auch, wieder hierher zu kommen. Also die ist dann irgendwann mal nachgezogen nach Deutschland. Und nachdem ich aber immer sehr viel unterwegs war, ist sie alleine in München in der Wohnung gesessen, was wenig Sinn macht. Und dann habe ich gesagt, dass es einfach für sie besser ist, wenn wir wieder in unserem Umfeld sind, wenn ich eh selten zu Hause bin. Und daher gerne ist es eigentlich gekommen, aber ich bereue es keine Sekunde, weil es natürlich ein sehr schöner Platz ist, um zu leben. Und deine Frau ist aus? Ach, Salzburg. Salzburg, okay. Salzburg, da passt für mich total gut. Urreize, was überhaupt keine Überleitung ist. Was aber unser nächstes Thema ist, Urreize wie Kälte, Hitze, Atmung, Licht und Bewegung. Wie wirken die sich auf unseren Organismus aus? Ich glaube, darüber kannst du uns was erzählen? Es ist schwierig, weil die wirken sich einerseits ganz unterschiedlich aus und auch sehr vielseitig. Was man vielleicht als Klammer um das Ganze binden oder geben kann, ist letztlich, dass der Körper immer nur dann besser wird, wenn er einen Sinn dahinter erkennt. Also der Körper ist, wie ich immer sage, ein faules Lurda. Auch das kommt aus der Evolution. Ich weiß nicht, ob du im Vortrag vorher warst, aber da ist es ja zählt. Ich habe mal ein Sabbatical in Madagaskar gemacht. Also drittes Weltland und wirklich sehr ärmlich letztlich, aber wunderschön von der Natur. Das ist auch schon länger her, da war es noch sicherer dort. Und bin dann damals dort am Strand laufen gegangen. Und dann sind eben ganz viele Einheimische auf mich zugelaufen, primär Kinder, und haben mich gefragt, was ich da mache. Und dann habe ich denen halt erklärt, dass ich sinngemäß joggen gehe. Und dann haben die gefragt, warum tust du das? Und ich sage, ja, ich will sie eh fit bleiben, abnehmen, muskeln. Und das war für die halt so null Prozent nachvollziehbar, weil in deren Welt war das das Unlogischste, freiwillige Kalorien zu verbrennen, was ja für sie nur heißt, sie hätten mehr Nahrung suchen müssen, wovon sie eh viel zu wenig haben. Aber ich brauche quasi diese Reize, um halt besser zu werden. Sie haben nicht das Problem. Und der Körper macht eben Dinge deshalb nur dann, weil er immer Angst eigentlich hat, wie die Einwohner dort, dass er verhungert. Das heißt, der Körper wird immer auf Effizienz getrimmt sein und will eher sparen als ausgeben, weil er immer Angst zur nächsten Hungerperiode hat. Und um jetzt besser zu werden, müssen wir eben einen gewissen Grund geben, das zu tun, damit er dieses Sparen verlässt. Beim Training zum Beispiel, was ist da die Wirkung? Wirst du keine Handeln heben, wirst du keine Muskeln kriegen. Wenn du nicht irgendwie halt mal schnell laufst, dann wirst du, keine Ahnung, deine Sauerstoffzufuhr nicht verbessern oder deine Grundlagenaustau nicht verbessern. Wenn du eben nicht in die Kälte gehst, wirst du vielleicht dein Immunsystem nicht verbessern. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen immer diesen kurzen Input. Die Haut ist ein perfektes Beispiel. Wenn wir sagen würden, eine Hornhaut ist eine bessere Haut, also optisch schaut es nicht schön aus, aber sie wäre dicker und robuster, also leistungsfähiger. Und die Hornhaut würde nicht von sich aus entstehen. Wann kommt die? Nur dann, wenn vorher eine Blase ist. Wie kommt eine Blase? Nur wenn ich mich vorher verletze oder stark beanspruche. Also wir müssen es mal schaffen, egal durch was, diese Blasen wieder zu erreichen, weil nur dann diese Verbesserungsprozesse entstehen. Und diese Blasen kann man eben durch Urreize herbeiführen. Und wir erzählen immer gerne, dass es auch dicke Postler gibt, was in sich unlogisch ist. Warum? Der Postler bewegt sich ja viel, oder? Der bewegt sich ja sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Man würde, vielleicht fährt er sogar Fahrrad acht Stunden am Tag. Man würde vermuten, dass der dann eigentlich ausschaut wie so ein Fitnessmodel und mit einem Bein am Geißberg raufradelt. Und beides, ohne jetzt allen Unrecht tun zu wollen, beides werden die wenigsten wahrscheinlich schaffen, Postler. Wo man halt sieht, dass nur Bewegung ohne gewisse Reize, ohne diese Blase nicht zwingend zum Ergebnis führen. Und darum brauchen wir halt diese Mechanismen. Das klingt total einleuchtend. Für mich klingt das jetzt auch so, als wäre der Körper jemand, fast so wie ein Wesen, mit dem man kommunizieren kann. Wenn du sagst, der ist faul und versucht eigentlich auf Low-Energie zu fahren. Kommunizieren ist vielleicht, ja, kann man vielleicht so sagen. Oder kann man auf ihn hören? Ja, das auf jeden Fall. Du kannst ihn auf jeden Fall halt steuern. Also du kannst, es gibt einfach Mechanismen, die du beeinflussen kannst. Es gibt einfach Wirkmechanismen, wie halt unsere Biochemie oder andere Anpassungsmechanismen, Stoffwechsel und so weiter, im Körper funktionieren. Und was wir halt heute durch unseren Lebensstil haben, also das Schöne und Dramatische gleichzeitig ist, dass alle Erkrankungen, die wir heute kennen, primär durch den Lebensstil getriggert werden und nicht durch Genetik oder andere Dinge. Natürlich spielen die auch eine gewisse Rolle, aber eine sehr kleine. Und dieser Lebensstil kann diese Regeln im Körper nicht quasi halt auslassen. Das führt zu Veränderungen. Und genauso wie wir ihn negativ beeinflussen können, kann man es aber auch positiv halt tun. Und das ist die schöne Nachricht. Wir können es verändern. Da sind wir genau beim Punkt. Die ganzen Zivilisationskrankheiten, die es mittlerweile gibt. Ich glaube, da gibt es Ansätze, wie man die wieder loswerden kann. Ja, also wie gesagt, alle, egal ob es du jetzt von Herz-Kreislauf, wenn du jetzt auch mal 100 Jahre zurückschaust, sind wir zwar noch weniger alt geworden im Schnitt, aber primär deshalb, weil es halt noch keine, sage ich mal, Akutmedizin gab, weil es noch viel Kindersterblichkeit gab, weil wir nicht die gleichen Hygiene-Voraussetzungen hatten, als das halt heute der Fall ist. Aber vor 150 Jahren hat es noch keinen Herzinfarkt mehr oder weniger gegeben, noch keinen Schlaganfall. Also all diese Dinge sind sehr neu, muss man sagen, und korrelieren einfach halt mit unserer Art, wie wir leben. Und wenn wir den Lebensstil halt beeinflussen, da gehören unterschiedliche Säulen dazu, Training und Bewegung, Schlaf, Essen und Nicht-Essen und Ernährung und Fasten, Atmung eben, dann eben Urreize wie Kälte, Hitze, da können wir halt dann sehr positiv auch darauf Einfluss nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was sind denn Zivilisationskrankheiten gerade? Fettleber? Fettleber zum Beispiel, also alles, Bluthochdruck, Fettleber, Cholesterin, Alzheimer, Demenz. Ist es dann mehr Ernährung, die ich dann ändern muss, oder wie würdest du solche Sachen angehen? Das kommt dann auf das Eins. Also zum Schluss sind das alles ja nur Symptome. Also das sind ja Auswirkungen von Problemen, aber das ist nicht die Ursache. Ich habe jetzt versucht das mal ganz vereinfacht. Also was ist so die unterste Ebene, auf die wir gehen können? Aus was bestehen wir mal primär? Aus Zellen und Bakterien. Das ist irgendwie so Mikrobiome und Zellen. Sehr romantisch, total. Absolut. Ohne die wären wir nicht da. Und wahrscheinlich geht halt jegliche Erkrankung entweder halt vom Darm oder von den Zellen aus. Und natürlich habe ich dann vielleicht Diabetes oder habe halt dann Alzheimer oder habe halt dann eben die Fettleber. Aber das zugrunde liegende Problem liegt irgendwo halt da unten. Das heißt, alles, was ich tun kann, dass ich eben diese beiden von Millionen, Milliarden Bewohnern in meinem Körper halt helfe, will mich insgesamt gesünder machen. Und dann muss man im konkreten Fall reinschauen. Wenn du sagst, eben Fettleber zum Beispiel, ja, da kann man dann halt schauen, ob man durch Sauerstofftherapie zum Beispiel einen Stoffwechsel stark ankoppeln kann, dass eben halt Fette wieder oder Kohlenhydrate primär eigentlich dann besser verstoffwechselt werden. Also Fettleber hat wenig mit Fett zu tun, sondern mit Zucker. Also früher gab es nur die Alkoholfettleber. Das ist halt wegen Zucker. Und heute gibt es halt sehr viele Leute, die eine nicht-alkoholische Fettleber haben, was einfach halt nur Ernährung ist. Und wenn du schaust, also Gänzenstopfleber, wie erzeugt man die? Nicht mit Fett, sondern man stopft ihnen Getreide rein. Dadurch kriegen sie ja Fettleber. Was heißt das? Zu kohlenhydratlastige Ernährung kann halt zum Beispiel zu einer Fettleber führen. Aber Ernährung ist so ein, sag ich mal, Glaubensfeld. Da gibt es halt von bis richtig und tausend Meinungen. Und das würde, glaube ich, den Podcast sprengen, wenn wir jetzt versuchen zu sagen, was ist die richtige Ernährung. Genau, deswegen wechseln wir auch zum zweiten Thema von heute. Und zwar heißt das Maikai. Ich habe jetzt mit Maikai ein Smart Fitness Center gegründet. Und mir geht es gut, wenn ich da an Denkung, das hat einen Grund. Maikai heißt nämlich? Mir geht es gut. Und zwar auf? Hawaiianisch. Sehr schön. Wie bist du auf das gekommen? Warst du gerade in Hawaii auf Urlaub und hast gedacht, netter Name? Nein, das muss man ehrlicherweise die Credits oder den Dank an die Marketingagentur, also lieber Hechi, wenn du das hören solltest, nochmal herzlichen Dank dafür. Es ist eine Idee, die aus deren Köpfen entstanden ist, wobei wir natürlich das schon ganz klar gebrieft haben und gesagt haben, wir würden gern was schaffen, was erstens das Potenzial hat, eine Marke zu werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob du trainierst, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Fitnessstudio-Marken kennst du? Mal losgelöst von dir, dann würden die meisten Leute halt vielleicht sagen, ich kenne noch regional den Platzhirschen, vielleicht noch McFit irgendwie und dann hört es schon auf. Das heißt, die wenigsten Studios, obwohl es da wirklich Milliarden Companies gibt, haben es geschafft, eine Marke zu bauen. Und warum ist das so? Weil sie alle sehr ohne Wertung austauschbare Namen haben. FitIn, FitX, VitaFit, FitXYZ und natürlich als Konsument, also wenn alles austauschbar ist, kann es auch für nichts stehen. Und wir wollten für was stehen. Das heißt, jetzt haben wir so das eine Briefing und wollten dann halt natürlich auch, also Optik ist wichtig, aber für uns ist Optik immer das schöne Nebenresultat von Gesundheit. Aber primär geht es um Gesundheit. Und aus den beiden Parametern für was stehen, was vielleicht nicht so ganz austauschbar ist. Und Gesundheit ist dann eben das Maikai entstanden, aber hat die Agentur gemacht und nicht mehr. Aber ihr habt ja einen ganz speziellen Zugang und das fand ich dann wirklich faszinierend. Ihr sagt, ihr seid ein Smart Fitness Center und habt einen anderen Ansatz bei dem Training. Magstens da mal dazu, was ihr... Ich sage jetzt nur einmal, Personal Training Lite hat mich schon mal fasziniert. Fand ich sehr spannend, weil ich kenne Fitness Center. Aber die Art und Weise, wie es ihr damit umgeht, finde ich cool. Ja, vielen Dank. Den muss man vielleicht vorne wegschicken. Also wir wollen nicht sagen, dass andere Fitnessstudios nicht Smart sind oder keine Daseinsberechtigung haben. Aber sie sind für eine spezielle Zielgruppe. Und wie gesagt, heute trainiert nur einer aus zehn. Neun von zehn sagen, das Produkt Fitness passt nicht für mich. Wirklich? Ja, sonst würden sie auch hingehen. Also ich dachte, es gehen mehr Leute hin. Ja, Roundabout. Also vor Corona waren es ein bisschen mehr. Jetzt sind wir wieder um 10, 12 Prozent. Lustigerweise in Schweden 25 Prozent. USA 25 Prozent. Meistens Australien auch sowas. Meistens korreliert es mit der Strandlänge, dass die Leute... Wenn es oben ohne sein muss, willst du halt nicht dick sein. Verständlicherweise. Also Ältigkeit ist gut für Fitness. Ja, in dem Fall ja. Aber es trainieren eben sehr, sehr wenige. Also das heißt, für neun von zehn sagen, das passt nicht für mich. Und von den zehn Prozent, die gehen, kündigen circa 25 bis 40 Prozent, je nach Anlagetypus, im ersten Jahr. Und was heißt das? Also wenn wir jetzt mal sagen, wenn wir hier bei den Gesundheitstagen sind, wenn hier 40 Prozent, das ist jeder Zweieinhalbste, wenn jeder Zweieinhalbste hier sagen wird, das war ein ordentlicher Schaß, dann brauchen wir das nächste Jahr nicht nochmal machen, weil dann kommt keiner. Und Fitness hat aber den riesigen Vorteil, was du genau gerade gesagt hast, Eitelkeit. Das heißt, die Menschen gehen, also sehr wenige gehen, die hören auf, nach drei Jahren schauen sie in den Spiegel oder schauen auf den Rücken, haben immer noch Rückenschmerzen, sind noch dicker, fangen wieder an, um wieder aufzuhören. Und wir haben gesagt, da wollen wir was anderes machen. Wir wollen ein Studio bauen, das erstens mal nicht für die zehn Prozent, die eh schon irgendwie sagen, da gibt es was, funktioniert, sondern für die 90 Prozent, die sagen, für mich gibt es kein Produkt oder keine Dienstleistung. Also für den viel größeren Markt, sinngemäß für meine Mama, für meine Oma, für meinen Opa. Und für die haben wir was gebaut. Und was ist das jetzt? Im Training, wir haben vorher diese Blase besprochen, also im Training müssen gewisse Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden, damit was rauskommt. Also du kannst nicht einfach sagen, nur weil ich jetzt trainiere, eben der Postler ist trotzdem dick. Schlimmstenfalls. Der arme Postler kommt halt oft drauf. Und man kann halt auch Sport studieren und Trainingswissenschaften. Es ist nicht so trivial, also wie gesagt, ich bin selber nur Erfolgswirt, hätte man es auch einfacher vorgestellt. Aber der Körper ist nicht so trivial, wie wir es uns wünschen würden. Und wir stellen diese ganzen Mechanismen durch Technologie sicher. Du hast da ein iPhone liegen, das ist ohne Bedienungsanleitung zu dir kommen. Das kann relativ viel. Und du hast trotzdem sofort verstanden, wie es funktioniert, obwohl du nichts dazu gelesen hast. Da brauchst du mir viel zu, aber das meiste stimmt. Genau. Und warum funktioniert das? Weil es so intuitiv ist, dass du es checkst. Und Fitness ist oder war sehr lange nicht so intuitiv und hat die Leute krass überfordert. Und durch Technologie können wir eben vereinfachen. Also Technologie, wenn sie gut ist, macht der Prozess sehr besser. Und bei uns muss der Kunde sich nichts merken. Alles erkennt ihn, stellt sich automatisch ein, weiß sehr viel über ihn. Alles natürlich immer unter Datenschutz und so weiter. Aber bei uns trainiert auch mal Großvater mit 92 mehr oder minder wie ein Leistungssportler, ohne dass er weiß, dass er so trainiert. Aber er macht es trotzdem. Das ist mal dieser smarte Gedanke. Ich versuche es mal zu übersetzen auf Wien und Kaffeehaus. Der Kellner merkt sich dich und weiß, was du gerne trinkst, wenn du reinkommst und bringt dir das dann auch. Genau. Aber auf Fitnessgeräte. Auf Fitnessgeräte. Das weiß ist der Daniel. Der Daniel will abnehmen. Der Daniel ist so und so groß, ist so und so stark, hat das letzte Mal das gemacht. Aber ich muss mir gar nichts davon merken. Ich habe mein Handy, mein Bundle, mein Chip, halte dann die Geräte und alles ist für mich perfekt eingestellt. Was ich über euch gelesen habe und was ich cool fand, war auf acht Trainierende ein Trainer. Und das Konzept fand ich total nett. Weil es gibt in jedem Fitnesscenter Trainer, die kannst du dann buchen und dann kostet das halt was. Und sie machen mit dir Trainings. Bei euch ist es so, dass acht Leute immer wieder mal von einem Trainer betreut werden. Kann man das so sagen? Ja und nein. Also generell ist es so, dass unsere Studios nicht riesig sind. Und heute stimmt das eins zu acht wahrscheinlich nicht mehr. Heute ist es wahrscheinlich eher eins zu zwölf, würde ich mal sagen. Was jetzt gut für euch ist dann? Webseiten muss mal wieder überarbeitet werden. Aber das durchs Wachstum nie Zeit dafür gehabt, Gott sei Dank. Aber um das vielleicht mal auszufallen. Also generell hat die Fitnessindustrie irgendwann erkannt, dass die meisten Leute kündigen. Also gesagt, jeder zweite bis vierte kündigt. Warum ist das so? Weil sie nichts erreichen. Also sie investieren Zeit und Geld, damit sie dann trotzdem nicht dünn werden. Warum? Weil sie nicht schlau trainieren, sondern einfach nur trainieren. Und dann hat die Fitnessindustrie für sich entscheiden müssen, wie gehe ich mit dieser Kündigungsquote um? Satz zwei Optionen hätte es gegeben im Optionenraum. Option eins, ich mache das Produkt einfach besser, dass weniger Leute kündigen. Oder Option zwei, ich mache das Produkt so viel billiger, dass es den Leuten wurscht ist, dass nichts rauskommt. Und die letzten zehn Jahre ist eigentlich nur Option zwei gelebt worden. Das heißt, der Discount-Markt ist stark gewachsen. Und gegen den Discount-Markt einmal für sie spricht gar nichts. Warum? Weil deren Preis-Leistungs-Verhältnis super ist. Ganz für, weil das ist ein bisschen teurer schon wieder, 30, 40 Euro halt, kriegst du Zugang zu Geräten und Fläche. Mega fair. Das Problem ist nur, die wenigsten können mit diesem Zugang was Sinnvolles machen. Und damit sie diesen billigen Preis anbieten konnten, mussten die Discounter eines tun, die Trainer abschaffen. Weil du hast halt, Geräte sind fix, Miete ist fix. Das heißt, das Einzige, wo du dann sparen kannst, wenn du billig bist, ist, du hast kein Team mehr. Und das heißt, diese Studis kommen meistens mit sehr wenig oder gar keinen Trainern oder vielleicht sogar nicht mal Trainer, sondern andere Leute einfach aus. Und wir wollten das Gegenteil dazu machen. Wir haben gesagt, okay, wenn du sehr gut dich mit Training auskennst, geh in Discounter. Dann bist einer von diesen zehn und von diesen zehn wahrscheinlich noch einer weniger. Aber eben die 90 Prozent, die brauchen ja Hilfe. Ich mache meine Zähne nicht selber, das macht der Zahnarzt, ich mache den Motor vor dem Auto nicht selber, macht der Mechaniker, meine Steuern macht der Steuerberater. Und im Training gibt es das Gleiche. Und darum haben wir halt auch noch ein Team und auch noch halt ein qualifiziertes Team. Und durch das, dass bei uns meistens nur so maximal 20 Leute pro, also gleichzeitig im Studio sind und immer zwei Trainer mehr oder minder da sind, kommt es eben so eins zu zehn, mal eins zu fünf, auch mal eins zu 15, es variiert halt. Aber so im Schnitt ist es ein Trainer auf zehn Kunden. Und das ist signifikant besser in der Betreuung, als es natürlich in einem großen Discounter, der es aber auch gar nicht verspricht, halt sein könnte, weil das ist eher halt eins zu 50 oder eins zu 100. Aber das ist immer jemand, der auf dich schaut quasi. Genau. Das ist ja schon total toll. Man fühlt sich nicht allein. Dann hat es ja noch so Gamification-Elemente drin, die ich sehr süß fand, ehrlich gesagt. Also Punkte als Belohnung für oft, wenn man öfter da ist, kriegt man Punkte. Genau. Und viele Punkte kriegt man dann eine Belohnung, nehme ich an irgendwann. Oder wie funktioniert das? Also generell ist es so, dass Fitness ein großes Problem hat. Es ist nicht messbar. Also ich meine, ihr als Red Bull seid im Sport, sage ich mal, recht stark verankert. Wenn der FC Red Bull immer 0-0 spielen würde, wenn es keine Tore gäbe, wird kein Mensch ins Stadion gehen. Wir würden auch sagen, wie langweilig ist das? Also ohne Ergebnis macht viel halt keinen Sinn. Im Fitnesstraining, also warum ist Laufen so cool? Du siehst, wie weit bin ich gelaufen? Wie lang bin ich gelaufen? Wie viele Kalorien habe ich verbrannt? Das gab es im Fitnessstudio nicht. Das heißt, das Erste, was wir mal tun, ist, dass wir Daten zur Verfügung stellen, damit du siehst, das ist Instant Feedback, was hat dir das gebracht? Und bei uns hat jeder Kunde eine eigene App, wo er sein biologisches Alter sieht. Und das, um jetzt in einem BWL-Deutsch zu bleiben, diese KPI, diese Kennzahl, wie alt bist du und wie viel wirst du jünger, das motiviert die Leute halt, dass sie verstehen, dass das mal Sinn macht. Und dann gibt es noch ganz viele andere Elemente. Man spielt bei uns Pac-Man an den Geräten, also es ist sehr kurzweilig. Du kriegst eben unterschiedlichste Auswirkungen, du bist in Rankings, du kannst halt einen Status heraus, also warum sind die Leute gern Senator oder weil er Lufthansa, weil sie halt eine goldene Karte kriegen, warum haben wir gern die schwarze Amex und so weiter. Also der Mensch ist ja einfach strukturiert. Also Competition und spielerisch. Genau. Und das nutzen wir halt aus, sage ich mal, so Behavioral-Themen, um die Leute am Ball zu halten, weil du musst halt die Mischung schaffen, aus ich trainiere richtig und ich trainiere regelmäßig. Und dieses regelmäßig, dieses Durchhalten ist halt sehr, sehr komplex. Regelmäßig heißt es zwei- bis dreimal oder was ist denn da ideal? Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich bringe immer gern, kennst du Duolingo? Ja. Das ist die größte Sprach-App der Welt wahrscheinlich. Und bei Duolingo wählst du ja aus, wie lange du pro Tag üben möchtest. Jetzt fünf, zehn, 15 Minuten. Und lustigerweise, wenn du 15, also das beruht darauf, dass du jeden Tag üben sollst. Und wenn du 15 auswählst, steht daneben in Klammer insane oder geisteskrank. Ich weiß nicht, ich würde nicht auf Deutsch geisteskrank stehen, aber vielleicht verrückt. Super spitze verrückt, ja. Genau. Und warum machen die das? Weil die natürlich genau gemessen haben, dass je mehr du versuchst, täglich zu tun, desto länger, lange haltest du durch. Das heißt, sie wollen, dass du nur fünf Minuten übst und eigentlich ist es total unlogisch. Du würdest ja vermuten, jemand, der bereit wäre, jeden Tag 15 Minuten zu investieren, oder der Vollgas lernen will, müsste eigentlich nach einem Jahr besser sein als der Faule, der sagt, nein, ich mache nur fünf Minuten. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Derjenige, der sich nur fünf Minuten vornimmt, bleibt viel länger am Ball und ist nach einem Jahr viel besser. Und diese Analogie kannst du auf Fitness zu 100 Prozent übertragen. Wenn du dir vornimmst und oft wird dir im Studio suggeriert, komm, vier, fünf Mal die Woche für eineinhalb Stunden, das wirst du im Jänner, wenn der Trotan noch drinnen ist und die Kekse vielleicht durchhalten, aber spätestens im Sommer wirst du es nicht mehr schaffen. Und dann wirst du halt dein Abonnement hinterfragen und wirst halt aufhören. Und wir sagen, komm, ein, zwei Mal die Woche, dann im Endeffekt wirst du für immer das durchhalten und kommst halt tausend kleine Schritte, das sind halt viel, viel mehr als fünf große. Ich finde es ja auch ganz cool, weil Psychologie bei euch eine große Rolle spielt auch in Richtung, es ist alles Holz vertefelt, man sieht es nicht, wie viele Gewichte der andere vorher drückt und so weiter. Da ist ganz, ganz viel mit Smartness und Psychologie geregelt worden. Und Fitness geht ja, oder Training geht ja auch daheim weiter, oder? Genau. Also die Kunden bei uns kriegen, wir nennen das ULUS, das ist das hawaiianische Wort, das sich weiterentwickeln und wachsen. Das ist ja eigentlich ein Center in Hawaii auch. Nein, leider nicht. Sonst wäre ich nur dort. Aber, also unsere Säulen bestehen eben aus Training, Ernährung und Biohacking. Und Training macht halt primär vor Ort Sinn. Warum? Weil du eben diese Anpassungsmechanismen brauchst. Du kannst schon auch zu Hause trainieren. Aber wenn ich jetzt mich nehme, ich habe irgendwie gute 80 Kilo. Wenn ich jeden Tag halt bunte Kniebeugen mache mit 80 Kilo, wird sich mein Körper sehr schnell daran gewöhnen. Und ich kann ja nicht schwerer werden. Dann bin ich wieder der Postler, der jeden Tag im Radl fährt. Das heißt, du brauchst einfach, also Muskeltraining gehört gegen Widerstand, der halt barierbar ist. Darum macht Training primär in Anlagen Sinn. Weil egal, ob bei uns oder woanders. Ernährung wiederum macht in der Anlage keinen Sinn, weil du bist halt einmal die Woche, eine Stunde bei uns. Der Großteil der Ernährung findet zu Hause statt. Da gibt es von uns einfach ein Konzept, wie du Schritt für Schritt das optimieren kannst. Und das Gleiche für Biohacking, also für Schlagoptimierung, Atmung und diese Themen, die du natürlich klassischerweise halt zu Hause machst. Okay, cool. Praktisches Beispiel oder praktische Frage. Krafttraining und Cardio, in welchem Verhältnis machen die Sinn? Es kommt immer aufs Ziel letztlich darauf an. Aber um trotzdem meine Aussage zu tätigen, würde ich jeden Menschen empfehlen, mal Krafttraining zu machen. Warum? Also zum Beispiel in der Amerika, also uns gibt es erst seit fünf Jahren. Eine halbe Zeit mit Corona, aber uns gibt es erst seit fünf Jahren. und wir waren ja auf einer grünen Wiese und konnten ja das komplett frei definieren, weil wir tanzen, boxen, radeln, Krafttraining, etc. Und wenn man sich einfach die Studienlage anschaut, sieht man, dass der Muskel einfach das größte Potenzial hat, uns gesund zu halten. Das heißt, wenn ich nur eines auswählen könnte, dann würde ich mal nur Krafttraining machen. Okay. Jetzt ist Gott sei Dank niemand gezwungen, nur eines zu tun. Natürlich macht die Kombination von Kraft und Ausdauer Sinn und also wie schaut jetzt so eine gute Trainingswoche aus? Die schaut so aus, dass du einzeln mal über die Woche Kraft trainierst und dann, je nachdem wie viel Zeit du halt hast, sollte man eigentlich halt ein, zwei, drei Stunden in dieser sogenannten Zone zwei verbringen, also ein sehr moderates Ausdauertraining, Grundlagenausdauer und wenn du dann noch mehr Zeit hast, dann ist es vielleicht einmal in der Spitze verbringen, also so im Belastungsbereich so High-Intensity-Training oder Sprints machen und die Frage ist halt nur, wer hat für fünf, sechs Trainings die Woche dauerhaft Zeit, das heißt, wenn ich vereinfachen müsste, würde ich immer Kraft fix unterbringen, wenn ich danach noch Zeit hätte, würde ich Grundlagenausdauer machen, wenn ich danach noch Zeit hätte, würde ich High-Intensity machen. Okay, das war eine Aussage schon mal. Wir kommen zur letzten Frage, bevor wir zu den Fragen, die das Leben stellt bei uns im Podcast kommen. Die letzte Frage wäre noch, Ernährung vor oder nach dem Training und wie soll die ausschauen? Gibt es da, kann man generell, jeder ist individuell, ich weiß, aber kann man generell was sagen, was Sinn macht? Ja, da gibt es natürlich, komm wieder aufs Ziel drauf an, willst du Muskeln aufbauen, willst du abnehmen, das sind natürlich andere... Okay, ich glaube, ganz viele Leute möchten abnehmen, versuchen wir mal die Abnehmschiene. Genau. Also ich kann immer sagen, vielleicht einen Fehler, den wir sehr oft beobachten, vielleicht ist das noch wichtiger, als zu sagen, was ist die genaue eine Wahrheit. Generell essen die Menschen oft, wenn sie mit dem Abnehmen beginnen, essen sie zu wenig, vor allem dann zu wenig Proteine und trainieren dann. Und der Körper ist halt, wie gesagt, hat er immer Angst, dass er Hungerperiode kommt und wenn er dann halt zu wenig hat, was Stress ist und keine Proteine hat, was auch Stress ist und du noch trainierst, was Energie verbrennt, was auch Stress ist und er dann entscheiden muss, wie kann er jetzt mit diesem Defizit umgehen, gibt er lieber Muskeln her als Fett. Warum? Weil das Fett braucht er ja, falls die Hungerperiode kommt, die halt nie kommt. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn du vor dem Training isst, isst irgendwas, wo auch Proteine drin sind, dass du halt keine Muskulatur verlierst. Alles andere müsste man sich im Detail anschauen. Insgesamt empfehlen wir keine großen Defizite, also nicht arg zu viel, zu wenig essen. Bring dir mal, würde ich sagen, im ersten Schritt gesund essen. Wenn ich das erreicht habe und das nicht zu einer Abnahme führt, dann können wir über Defizite nachdenken, aber Defizit ist immer komplex, so an für Frauen, führt zur Veränderung der Hormone, führt zur Veränderung der Schilddrüse. Wir haben sehr viele Damenleiter, beispielsweise die kommen jeden Tag ins Training, was wir gar nicht empfehlen, trainieren nur High Intensity, also denen fehlt das Fundament im Training, nur Stress, Stress, auf nüchternem Magen Stress, Stress und das Ergebnis, obwohl sie viel trainieren, wenig essen, ist, dass sie dicker werden eben. Und das ist sehr gemein, weil die schon viel Zeit investieren und sehr diszipliniert sogar sind. Wir Männer sind oft eh gar nicht so diszipliniert und da sieht man halt, dass es nicht so easy ist und man viele Dinge mitdenken muss. Das klingt nach 360-Grad-Denken eigentlich auch bei der Fitness. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Daniel, ich habe die drei klassischen Fragen an dich von unserem Podcast. Die erste ist, die nach einem guten Leben und was das für dich ausmacht oder braucht. Die Frage kann ich immer sehr konkret beantworten sogar, weil du vielleicht kennst doch das Buch oder die Big Five. Bei mir sind es nur vier Dinge. Das heißt, für mich ist das Wichtige im Leben, dass ich irgendwie wachsen kann, also grow, durch einfach inhaltliche Weiterentwicklung, dass ich dann nicht stehen bleibe. Dann, dass ich einigermaßen unabhängig ist. Niemand ist ganz unabhängig. Also bei mir ist das independent. Aber dass ich jetzt nicht so externe Zwänge habe, sondern relativ frei agieren kann. Das heißt halt irgendwie monetär, so dass ich nicht Blödsinn machen muss und eben freie Entscheidungen treffen kann. Das dritte ist Giving, also wieder ein G, dass ich halt was zurückgeben kann. Also in der Beratung kannst du sehr viel Geld verdienen, wenn du es da bis zum Partner machst. Gibt sicherlich auch Dinge, wo man was geben kann dort. Aber in der Gesundheitsbranche kann ich auf jeden Fall halt was geben, wo ich sage, das löst eins unserer großen gesellschaftlichen Probleme neben Umwelt und Ernährung. oder Hunger. Und dann im Endeffekt ist Ausgeglichenheit oder all of it, was für mich halt heißt, dass ich, obwohl ich Unternehmer bin, nicht nur arbeiten will, auch wenn ich sicherlich viel arbeite, aber so möchte ich halt Zeit für Frau und Kind und auch für mich haben, dass das zusammenpasst. Darum ein Leben muss giga sein, dann bin ich happy. Ich verstehe. Ich habe es nämlich auch gelernt, das einzige Ding, was man nicht kaufen kann in einem anderen Podcast-Service gelernt, ist Zeit tatsächlich. Und das hat ganz viel Qualität. Die zweite Frage ist die nach einem täglichen Ritual. Hast du sowas? Ganz viele. Also Gesundheit ist für mich mehr oder weniger das Implementieren von, ich nenne es halt Quick Wins. Und ich meine, wenn ich jetzt, also mein Tag geht los vom Rotlicht, also Zähneputzen vom Rotlicht. Wir sind in einem Biohacking-Universum. Genau. Kurzes Spazieren, Hund draußen, also Sandlichtexposition. Dann, wenn es möglich ist, ist es leider nicht oft möglich, mit dem Rad in die Arbeit, aber ich bin eh schon vor allem Hund gegangen. Dann natürlich habe ich immer Trainingsroutine, gewisse. Dann habe ich Atmen vor Mittagessen, wenn mich die Kollegin daran erinnert. Dann am Abend mache ich immer PMF-Matte, also so eine Grounding-Matte. Einmal die Woche schaltet also die Sauerstofftherapie. Also ich habe eine Regel, dass ich eine Stunde am Tag in meine Gesundheit investiere. Das messe ich anhand von unterschiedlichen Kennzahlen. Entweder schaue ich meine Aktivitätskalorien oder 10.000 Schritte oder habe eine Stunde zum Beispiel geatmet. Und wenn ich eins von den drei Dingen schaffe, bin ich happy. Was die Routine betrifft. Gibt es noch mehr, Nasenflaster, bla bla bla. Aber ich will den Podcast nicht sprengen. Wir sind voll im Biohacking-Thema drin. Super. Ich habe die Fragen, die das Leben stellen, noch für dich. Ganz kurze Fragen, sind das Kaffee oder Tee? Kaffee. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Okay. Ich habe da Kirk oder Spock stehen. Da muss man aber Star Trek können. Ja, Kirk. Okay. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Nachdem ich gerade eine Tochter vor drei Monaten gekriegt habe, tanze ich fast täglich. Also ich würde so tanzen. Ein Profi würde nicht tanzen sagen, aber ich singe Kinderlieder und bewege mich dazu, um sie zu animieren. Von dem her fast jeden Tag. Okay, ich gratuliere an der Stelle mal. Herzlichen Dank. Was wärst du als Zahl? Das ist eine schwierige Frage. Aber ich finde eigentlich das Konzept der Unendlichkeit ziemlich cool, weil ich es nicht verstehe. Und dem her wäre ich dann die Unendlichkeit. Du wärst die Acht quasi in Zahl. ein liegende Acht, ja. Was wärst du als Blume? Nachdem ich einen hoffentlich nicht immer, aber generell versuche ich ein sehr positiver Mensch zu sein, sagen wir mal eine Sonnenblume. Sehr schön, sehr gut. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Dinge loszulassen? Jetzt. Also der Beste war vor langer Zeit, aber der Zweitbeste ist jetzt. Okay. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Dann würde ich wahrscheinlich noch mehr dem Lebensmodell Giga schon näher kommen, als es heute der Fall ist. Also würde ich vielleicht noch radikalere Entscheidungen treffen, wo ich mich jetzt noch nicht ganz drüber traue. Okay. Sagen wir bitte eine wichtige Lektion, die du bisher im Leben gelernt hast. Eine wichtige Lektion? Geben ist schöner als Nehmen. Dinge auf deiner Bucketlist. Eins ist Studio auf Hawaii, habe ich gelernt. Gibt es sonst noch was? Ich mache mir tatsächlich für jedes Jahr... Machst du so Moodboards und so Visionboards? Nein, Visionboards mache ich nicht, aber ich habe zum Beispiel, also ich schaue, dass ich jedes Monat zwei Tage Qualitätszeit mit meiner Verlobten eigentlich traue, meiner Freundin und meiner Tochter verbringe. Das heißt, wir schauen, dass wir relativ viel unternehmen. Also nächste Woche sind wir in Kitzbühlen in Bergen. Letztes Monat waren wir am Hochkönig und so plane ich mir relativ stark die Zeit, damit sie eben nicht dem Arbeitsalltag untergeht, weil wie du richtig sagst, das Einzige, was ich nicht kaufen kann, ist Zeit. Wir alle haben gleich viel oder gleich wenig davon. Das heißt, das ist halt eine Einteilungssache und ich versuche, fixe Zeitbudgets vorneweg zu definieren. Da wird meine Frau ganz verrückt, dass ich schon das ganze Jahr plane. Aber ich weiß, wenn ich das nicht tue, passiert es nicht. Und darum machen wir es signifikant mehr als viele andere, was dann zum Schluss ziemlich cool ist. Also wir nehmen mit beim Ausstieg aus diesem Podcast. Wir achten auf unsere Zeit. Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich sage danke. Alles Gute, ja. Ja, herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Daniel, wir sind im Off. Niemand hört uns mehr zu. Und ich bin jetzt mal ganz egoistisch und hole mal einen Tipp von dir in Richtung Podcast. Gibt es irgendeinen Podcast, den du gerne magst? Es gibt ganz viele Podcasts, die ich gerne mag. Natürlich rund um Gesundheit hauche ich extrem viel. Aber was ich wirklich sehr gerne hauche, ist der OMR-Podcast. Den finde ich einfach kurzweilig. Und genau. Und Buchtipp hast du auch vielleicht noch? Hätte ich auch unendlich viele. Wie gesagt, die Big Five habe ich vorher schon erwähnt. Das kann ich nur jedem ganz stark ans Herz legen. Aber vielleicht ein unkonventioneller Tipp, weil ich gerade den Herrn Bründl von Sports Bründl kennengelernt habe, wir uns unter das Waldbaden unterhalten haben, habe ich ihm empfohlen Das geheime Leben der Bäume. Ist ein spannendes Buch, wo man mal sieht, wie Bäume eben leben. Und die sind gar nicht so anders als wir. Das ist eine Herzensempfehlung. Sehr gut, Dankeschön. Ich habe jetzt noch Sticker mitbracht für einen Podcast-Sticker neuerdings. Du kannst da einen aussuchen. Was ich dann nehmen würde. Das ist gerade. Also als Unternehmer würde ich mal sagen, die Idee macht 1% aus, die Umsetzung 99%. Das stimmt zu 100% in dem Fall. Oft haben wir Leute Angst, Ideen zu teilen. Die Angst habe ich gar nicht, weil zum Schluss ist die Execution von dem, das was es ausmacht. Viele Leute haben auch die gleichen Ideen und die Umsetzung. ist das Relevante und das Loslegen ist das noch viel relevantere. Mehr von KPDM gibt es auf Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Wenn dir der KPDM Podcast gefallen hat, dann gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere ihn. Wusstest du, dass du uns auch via WhatsApp erreichen kannst? Und zwar unter der KPDM Podcast Nummer plus 43-664-888-40236 oder schicke eine Mail an podcast.kPDM.live. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik und Anregungen. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit der Moderatorin und Podcasterin Sandra Spick zum Thema Sex Positivity.